Gute Darmstadt, hallo, herzlich willkommen zum ersten Webmontag in Darmstadt. Ich muss jetzt eingangs noch ein paar Kleinigkeiten sagen. Warum ein Webmontag und warum in Darmstadt? Das ist eigentlich relativ einfach erklärt. In Darmstadt passieren unglaublich viele coole Sachen. Es gibt unglaublich viele coole Leute, die tolle Sachen machen und das wollen wir vernetzen. Und deswegen haben wir gedacht, wir brauchen so eine Veranstaltung, wir wollen das auch. Doch, aus der kleinen Veranstaltung, an die wir mal gedacht haben, ist das hier geworden. Der helle Wahnsinn, wenn man hier oben steht, das ist schon toll. Ja, da unten auch, super. Wenn ihr wissen wollt, was wir heute vorhaben, braucht ihr einfach nur eure Badges umdrehen. Da steht genau drauf, was heute passiert. Wir haben als allererstes Anja Fehlau, die uns was über Design Thinking bei der SAP erzählt. Danach kommt Thomas Pleil, der uns erläutert, wie Hochschulen eigentlich mit diesem atemberaubenden Tempo, was die digitale Transformation mit sich bringt, umgeht. Und zum Abschluss kommt Johannes Kleske, der uns in die nächste Arbeiterbewegung führt. Zwischendrin haben wir noch viermal fünf Minuten voller guter Ideen. Wir haben den Job des Montags und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Außerdem haben wir WLAN. Wir wären ja kein digitaler Webmontag, wenn es kein WLAN gäbe. Das Passwort ist Transformation. Das müsst ihr allerdings anders schreiben, als es auf der Folie steht. Das erste T ist groß, der Rest ist klein. Das passiert, wenn Designer Versalien fordern. Da sind wir nicht ganz uneigennützig. Wir haben ein Hashtag, WMODAR. Wir wollen, dass ihr twittert, was das Zeug hält, damit wir die Veranstaltung noch ein bisschen aufblasen in den digitalen Raum. Nachdem hier alles vorbei ist, gibt es unten in der Lounge weiterhin noch Drinks und nette Gespräche. Wer übrigens auch noch keinen Platz hat in der Lounge, ist noch Platz. Wir haben natürlich auch heute einen Livestream laufen. Das heißt, diese Veranstaltung wird auch nach draußen übertragen. Auch da herzlich willkommen hier bei dem ersten Webmontag in Darmstadt. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja und das Ganze hat auch noch einen anderen Hintergedanken. Wir wollen, dass ihr Fragen stellt. Wir machen das aber nicht so, dass wir hinterher das Saalmikro rumgehen lassen, sondern wollen, dass ihr euch einloggt unter WMODAR.de slash Fragen. Da könnt ihr einfach in das vorgegebene Feld eure Fragen eintragen. Die landen dann bei uns beiden hier auf dem iPad. Wir suchen uns die schönsten aus und werden sie dann den Speakern hinterher stellen. Ja, vielen Dank da auch nochmal an Team Bits, die den Webmontag so interaktiv gestalten. Ja, das sind unsere anderen Unterstützer, die wollen wir am Ende auch nochmal ausführlicher erwähnen.